hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest in der letzten folge sind wir hier auf diese insel geflüchtet und uns hier angefangen zu bauen dann wurde ich von einigen der ureinwohner überrannt wird schwierig hier auf jeden fall klar zu kommen ich glaube ich baue ich mal ein bisschen anders die art app sie entsteht hier fertig habe dann baue ich hier weiter aus beziehungsweise erst mal das boot dass sie dahinten eigentlich angefangen bauen wollte dass da los den weg als erstes fertig haben dann den steg als allererstes will ich das hier haben wir aber jetzt gar nicht wird auch jetzt noch mal versuchen rüber zu gehen ob ich das schaffen könnte hier ich das nicht mal richtig hin vielleicht die ureinwohner da die mich überrannt haben vielleicht noch das noch hier zu besiegen habe ich ein paar bäume hin kann das hier fertig bauen kann geht mir jetzt nur ums holz will nur die baumstelle haben dir ist kalt und du bist das bauen vor allem dich zu wärmen toll gleich noch erfrieren ich habe richtig schiss gerade dann Vielen Dank. Nein. Bleib weg. Nö. Nö. Oh. Den haben wir schon mal. Oh, was war das? Ich sehe gerade gar nichts. So, da haben wir schon mal den ersten Baum. Ja. Hallo. er kann man ja nicht tragen das weiß ich hatte auch damals das let's play von grog mal angesehen gehabt als der irgendwann in der zukunft auch mal meint und sie schöne grüße auf jeden fall aber klein wie ich aktuell noch bin bezweifle ich das aber der kreiste habe ich aus dem let's play von ihm vergessen wir haben was da alles war wahrscheinlich wieder heller zu werden immerhin jetzt sagen vielleicht machen wir hier vorne irgendwo auch so ein kleines lagerfeuer machen wir hier brauchen wir steine 1 2 damit wir uns hier auch immer aufwärmen können da kriegen wir wieder holz her das eine können wir wieder aufsammeln hier haben wir auch schon mehr als genug in denen die ganzen blockieren dort stecker so stecker haben wir 2 und 43 haben wir noch einen stopp in schädel brauchen wir nicht die erste nacht überlebt sagen wir sind auch gut dafür dass wir die erste nacht überlebt haben wenn wir uns erst mal ein knickers das das war schnell darüber eine geile idee dass man vielleicht die groß sind sogar mit der kleinen daneben ich habe mich jetzt auch voll erschrocken weil hier unser charakter hier jetzt so laut geatmet hat haben wir schon mal 14 das auch schon mal gut lässt sich ein stöcker hierfür jetzt brauchen wir drüben aber wir bauen erst mal das floß zu ende und sammeln erstmal unser holz hier haben wir wieder löcker wenn ich jetzt auf einmal ein bisschen so leiser bin ich bin bisschen jetzt konzentriert bisschen auch nervös nicht dass wir wieder überrannt werden von denen das einfach die münzen gesammelt heißt kann man hier auch handeln oder das wird einfach nur so kann man damit irgendwas bauen wo war noch mal der baum den wir gefällt habe die korrekte sammeln dass man das ist auf jeden fall in der pflanze und was dazu besser einfach mal so zwei baumstämmel heben kann das ist schon eine leistung muss man sagen das ist schon eine leistung muss man sagen aber ich finde es gut dass die die beiden da immer wieder neu aufbauen das heißt dass wir haben hier endlosen stopp vorrat da ist der hingeflogen und ne anscheinend nicht anscheinend nicht so kommen in diese richtung in diese ja 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 ist immerhin in die richtige richtung gefallen wo haben wir jetzt diesmal nicht nachgebaut naja die sind halt so die flasche nehmen wir mit jetzt von 32 und 6 von 57 das wird ein ewiges projekt den machen wir auf an ja wir haben essen noch mehr essen die kieselsteine haben wir auch schon genug vor allem haben wir wieder was zu essen und die haben doch wieder aufgebaut die kieselsteine haben wir noch nicht genutzt die kieselsteine haben wir noch eine kohle hier auf dem glück den lagerfeuer kann man auch von hier unten auch schon sehen wie machen wir das vorher wieder aus warte mal so brauchen wir jetzt nicht ich will jetzt nur komplett den mit 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 l macht man vorher zucker aus und da gibt es wieder stöcker das wäre eine langweilige folge nur holz und stöcker sammeln nach am überlegen das da wird ja unsere hauptpestung dass wir hin und wieder hier mal so zwischenbasen so außen passen oder sowas bauen wäre ja auch geil so wir haben wieder hunger da wird wieder später und blätter so wir nehmen das baum auf jeden fall oh viel baum hat es gesammelt ich hoffe es baum hat es in die richtung ja okay dann halt zu ich würde schon sagen kann ich doch drei heben ja wir sind doch nur zwei das mutig mich hier geradezu und so ein großes bloß und so ein großes bloß ja ich glaube brauchen wir nicht mehr viel ist gut baumstämme noch jede menge noch 47 ey 47 baumstämme und so ein boot noch ein ganz großer baumstamm ich bin da beim boot nice geil ist ein geil hab's noch keine ahnung was wir damit machen können aber ist schon nice ist da jemand kann nicht so zu sein und da haben wir auch noch einen baumstamm dann nehmen wir den auch noch mit da haben wir nur einen gesammelt ist kann es sein dass äh hier mein charakter langsam müde wird der da unten rechts ah das könnte ich ja gar nicht sehen einen moment so spielen wir weiter dann könnt ihr das da unten auch sehen dann ist das ein bisschen anders jetzt ausdauer geht ja langsam schon zu neige da dann gehe ich mal vielleicht kurz rüber niedrige energie ist etwas oder holt sich etwas aus das ich sehe zu dass ich gleich mich irgendwie ein bisschen aus holen und dann immer noch nicht genug glücker so haben wir hier schon wasser nö warte mal bis das fertig ist hier und trinken haben wir jetzt nichts mehr trinken wir nur noch alkohol ja okay dann trinken wir halt alkohol andere effekte hat das jetzt nicht ja schauen wir mal was wir gleich machen ich bin auch irgendwie was zu trinken ich hoffe auch irgendwie ein bisschen auf so dem regen wenn wir wasser sammeln können da gibt es auch andere arten von wasser aufbereitung hier das irgendwie das wasser aus dem meer so filtern kann so dass es zu trinkwasser wird auch nice wir haben aber immerhin wieder stöcker noch mehr stöcker und da diese richtung ein bisschen anders als gehofft wenn man die dinger werden gleich in unsere richtung rollen haben wir gleich nicht so einen weiten weg also nicht ganz so weit die ausdauer ist so richtig am arsch so ah stöcker brauchen wir hierfür nicht mehr nur da hinten dann sammeln wir eben noch die vier stöcke die wir brauchen und blättern wir auch schon alle die wir brauchen da kriegen wir noch mal zwei und noch ein bisschen stoff ja der tut mir leid da haben wir stoff sonst haben wir da gar keinen stoff mehr so zwei stöcker noch die zwei brauchen wir auf jeden fall noch nehme ich mal mit und dich und dich nein ich will den stock so dann haben wir alles an blättern und stöckern dann nur noch die baumstimme boah boah der lurch sobald die sonne untergegangen ist äh würde ich auch sagen legen wir uns auch da gleich pennen so 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 und unsere ausdauer da unten rechts endlich auch äh hier wieder vernünftig ist immer nur noch 59 baumstimme ist nicht mehr so viel äh schön gesagt ist nicht mehr so viel 59 baumstimme man kann ja nur zwei fragen so ich jetzt nicht dafür ok ok auch gut zu wissen so nice ah hier können wir aufspeichern alles klar so set ruhen uns auch mal ein bisschen aus was wird kann man das ding nur einmal benutzen scheiße warte mal äh hier unterkünfte dann würde ich sagen brauchen wir sowas hier ein stein sieben stöcker und sieben holz was hat eine scheiße hey warte mal ah im wasser können wir nicht aufs Inventation greifen ok Wurst vom hunger müssen wir jetzt schnell was machen sobald wir nun sind ich hoffe jetzt auch dass da keiner auf dem warte ist ok wir können da auch einfach so durchspüren ja ganz schnell das können wir eben nehmen und das so jetzt haben wir nichts mehr dass wir so nutzen können den machen wir schon mal an keine reserven mehr das ist ein problem das ist ein dickes problem hier ist kalt und du bist nackt braun feuer um dich zu wärmen ja dann gehen wir eben schnell nochmal zum feuer wärmen uns da auch aber Alkohol haben wir schon mal wieder hier ja ich habe ja ich habe ja ja nicht dass wir gleich hier irgendwie verhungern das wäre jetzt richtig durch habe ich noch irgendwas zu essen irgendwas an fleisch das baumhaus hm zu essen haben wir gar nichts das kann man damit alles machen energiemischung energiemischung plus ok 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 so drei stöcker vier fünf sechs sieben stöcker haben wir schon mal ach hier fällt das baum da komm 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 das heißt wir müssen den fertig kriegen wir müssen den fertig kriegen scheiße der mich erschreckt der mich erschreckt wir müssen zuerst das boot fertig kriegen bevor wir das hier fertig kriegen können aber das erfahrt ihr bedauerlicherweise erst in der nächsten folge vielen dank dass ihr eingeschaltet habt und ciao komm 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 komm